Hallo, ich bin Esther und ich zeige euch heute in diesem Video eine kleine Morgen-Yoga-Routine, insbesondere für Langlauf-Ski-Fahrer, als gute Vorbereitung vor einer Langlauf-Ski-Tour, aber vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Nachbereitung, wenn man die Muskeln nach dem Trainingstag besonders spürt. Wir konzentrieren uns dabei auf drei Dinge, einmal Schultern und Nacken. Die verspannen sich leicht, obwohl man eigentlich locker bleiben sollte in den Schultern. Klappt das in der Praxis oft nicht ganz so gut. Dann machen wir eine Lockungsübung für den unteren Rücken. Da bekommen wir auch leicht Muskelverspannungen. Und zum Abschluss machen wir noch eine Gleichgewichts-Balance-Übung, die sowohl für Klassik als auch für Skating geeignet ist. Niemand muss hier ein professioneller Yogi sein. Das sind ganz einfache Übungen, die jeder bei sich zu Hause morgens oder im Hotel machen kann. Und das hier ist meine Assistentin Pelusa. Die ist nicht hilfreich. Ich vermute, sie schläft auch das ganze Video. Aber weil sie so niedlich ist, bekommt sie hier eine Ecke von meiner Yogamatte. Okay. Get comfortable. Wir fangen an in einem Schneidersitz. Das muss kein voller Lotus-Sitz sein. Gerade sitzen auf den Hüftknochen. Wir machen ein Doppelkinn, damit der Brustkorb nach vorne kommt. Die Hände locker auf den Beinen. Ruhen lassen. Ihr könnt auch euch ein Kissen nehmen, wenn euch das hilft, wenn hier zu viel Spannung auf den Beinen ist, damit es sich nicht auf die Knie überträgt. Atmen wir einmal tief ein. Halten mal einen Moment inne. Gucken mal, was wir heute für einen Tag haben. Wie sich unsere Muskeln anfühlen. Und fangen an mit einer ganz leichten Nacken-Mobilitätsübung. Halten den Kopf etwas im Doppelkinn und schauen von rechts nach links. Schauen mal, wie sich das anfühlt. Und dann Kinn zur Brust und Blick zur Decke. Wir gehen dann vom Nacken zu den Schultern über, die sich oft etwas zuziehen nach dem Training. Legen den Ellbogen auf die Matte. Legen unseren Kopf in die Hand. Die Beine können leicht angewinkelt sein. Und wichtig ist, dass dieser Teil möglichst tief und entspannt auf die Matte sackt. Nicht drücken mit Gewalt, einfach das Körpergewicht. Die Schulter hier öffnen lassen. Dann gucken wir zur Decke und auf die Matte. Einfach den Kopf in der Hand ruhen lassen und wie in einem Kugelgelenk den Kopf hin und her bewegen. Das bringt zusätzliche Mobilität in die Schulter. Vielleicht so bis zu 10 Wiederholungen könnt ihr davon machen. Dann winkeln wir die Beine etwas mehr an. Strecken die Arme aus. Und dann fixieren wir den Kopf auf einen Punkt an der Wand, damit wir nicht zur Decke gucken oder den Kopf verdrehen. Und heben den Kopf an. Und lassen wieder sinken. Auch etwa 10 Mal. Das trainiert die seitlichen Nackenmuskeln, die wir sehr oft vernachlässigen und die sich deshalb auch verspannen. Wenn die Übung ungewohnt sich anfühlt, würde ich auch empfehlen, nicht mehr als 10 Wiederholungen zu machen. Sonst kann man auch durch diese Übung dann eine kleine Verspannung kassieren. Und das wollen wir nicht. Jetzt wechseln wir einmal die Seite. Aufpassen, dass ich meinen Assistenten hier nicht verschwäsche. Legen wieder den Ellenbogen, die Spitze auf die Matte, Kopf in die Hand. Dieser Teil sinkt auf die Matte. Wir können auch das Bein noch strecken. Da bekommen wir hier eine zusätzliche Streckung in den Körper. Fuß anwinkeln. Das bringt eine schöne Spannung. Und wieder den Kopf wie in einem Kugelgelenk zur Decke und nach unten gleiten lassen. Sehr gut. Nun wechseln wir in die Bauchlage. Und wir die Schultern geöffnet und den Nacken mobilisiert. Jetzt machen wir noch eine Übung für die Schultern. Gehen in die Sehundposition. Füße ruhig aufstellen. Mobilieren wir noch einmal den Nacken. Gucken von rechts nach links. Jede Übung ruhig mit Ruhe und Fokus machen. Das ist eine kurze Routine. Dafür haben wir genug Zeit. Doppelkinn machen. Und diese Übung heißt Broken Wings. Gebrochene Flügel. Wir kreuzen unsere Arme unter unserem Brustbein. Und sinken dann einfach mit dem Gewicht unserer Brust auf die Matte. Und legen den Kopf ab. Es kann etwas unangenehm sein am Anfang. Es ist aber eine sehr gute Übung, um die Schultern zu öffnen. Wir atmen tief ein. Der Kopf sollte ganz entspannt auf der Matte liegen. Und wir können ein bisschen den unteren Rücken bewegen. Bis die Mobilität da schon mal reinbekommen. Und wir wechseln die Seite. Wieder ein bisschen Sehundposition. Von rechts nach links den Kopf drehen. Und jetzt die Arme tauschen. Und wir sinken in die Position. Legen den Kopf ab. Und atmen dreimal tief ein. Mobilisieren wir den unteren Rücken noch ein bisschen. Und gehen in den Seehund. Drehen den Kopf noch mal. Und kommen nach oben. Jetzt gehen wir über zu einer Übung für den unteren Rücken. Gehen wieder in unsere Sitzposition. Doppelkinn, Schultern zurück. Vielleicht merken wir jetzt schon einen Unterschied zum Anfang. Haben wir gut an den Schultern und am Nacken gearbeitet. Oft fühlt sich das jetzt schon ganz anders an. Und jetzt. Nicht ziehen. Nicht mit Gewalt. Lassen einfach das Gewicht unseres Oberkörpers nach vorne fallen. Arbeiten mit der Schwerkraft. Der Oberkörper zieht zum Boden. Wenn möglich stützen wir uns mit dem Ellenbogen vielleicht so ein bisschen auf. Manche kommen vielleicht noch ein bisschen tiefer. Aber darauf kommt es gar nicht so an. Das ist kein Wettbewerb. Sondern es geht darum zu spüren, wie sich hier dieser ganze hintere Rückenbereich schön öffnet. Der Rücken ist sehr dankbar für diese Übung. Immer schön den Kopf im Doppelkinn lassen. Und wenn wir uns hier gefunden haben in der Position. Können wir die Arme so ein bisschen seitlich nehmen. Und einfach so ein bisschen von der einen Seite auf die andere schwingen. Alles mit Ruhe. Nicht mit Gewalt oder zu viel Zug. Das bringt noch mehr Mobilität in den unteren Rücken. Wir können auch die Schultern ein bisschen nach vorne bewegen. Und dann kommen wir nach oben. Wechseln die Beine. Dazwischen machen wir einmal eine Lockerung. Einfach die Beine einmal ausschütteln. Das ist gut für die Hüfte. Die sitzt morgens auch oft ein bisschen fest. Und dann tauschen wir die Beine. Und dasselbe nochmal. Sitzposition finden. Einfach gerade sitzen. Kein Hohlkreuz. Nicht ziehen. Doppelkinn. Und mit der Schwerkraft nach vorne fallen. Und ein bisschen seitwärts schwingen. Schultern nach vorne bewegen. Mehr Streckung. Und wir kommen nach oben. Und nachdem wir jetzt erst unsere Schultern mobilisiert haben. Und dann die Hüfte. Sind wir jetzt perfekt vorbereitet. Für die abschließende Gleichgewichtsübung. Wir fangen an. Gewicht auf beiden Füßen hüftweit geöffnet. Hier in eine leichte Gebetshaltung. Doppelkinn. Und verlagern unser Gewicht nach links. Wir werden zu einem Baum mit nur einer Wurzel. Und ein Ast wächst aus der rechten Seite. Die Fußsohle legen wir so leicht in den Unterschenkel. Bitte nicht direkt aufs Knie oder gegen das Knie drücken. Das tut man nicht so gut. Und atmen tief ein. Es klingt immer ein bisschen albern mit so Baum- und Astbildern. Es hilft aber enorm im Kopf. Damit man gar nicht erst in so Ideen kommt. Wie mir fehlt jetzt was und ich müsste jetzt anfangen zu wackeln. Das hilft, wenn man sich diesen Baum vorstellt. Wir lassen die Äste in den Himmel wachsen. Atmen noch mal tief ein. Die Schultern bleiben locker. Und nehmen die Arme runter. Heben das Bein an. Strecken das Bein. Hände zum Boden. Und runter. Ganz kontrollierte Bewegungen. Fuß bleibt in der Luft. Und nur wenn wir es wollen, bewegen wir uns nach rechts. Und verlagern das Gewicht. Und dasselbe auf dieser Seite. Wir werden wieder ein Baum mit einer Wurzel. Der Ast kommt jetzt von links. Und genießen. Den Moment der Ruhe einfach genießen. Die Äste wachsen in den Himmel. Die Schultern bleiben tief. Doppelkinn bleibt. Und wir senken die Arme und heben das Knie. Handflächen zur Decke. Strecken das Bein. Und gehen langsam zum Boden. Schweben noch einen kleinen Moment. Und gehen wieder auf beide Beine. So, geschafft. Der Tag kann losgehen. Ich bedanke mich bei euch. Und Namaste. Oder Skiheil.